Da haben wir zum Beispiel die Bratsche. Hängt einfach frei schwebend im Raum beim Essplatz plötzlich eine Bratsche. Macht ein gutes Licht und vor allem ist wirklich der Hingucker, egal ob das jetzt eine moderne Wohnung ist oder eine alte Wohnung ist, so eine Bratsche passt überall hinein. Vielen Dank.